Hallo, ich bin Michael. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Gipser in der Firma MachSchweizer AG. Heute zeige ich euch, was ich so alles mache. Da seht ihr mich gerade am Beplanken. Das macht man, damit der Verputztruft haften bleibt. Unsere Firma MachSchweizer AG ist relativ gross. Wir haben eine familiäre Stimmung und auf Lehrlinge geschaut. Wichtig ist in der Firma, dass man alles gibt. Der Job ist sehr abwechslungsreich. Man macht gefühlt jeden Tag etwas anderes. Und am Schluss des Tages sieht man, was man gemacht hat. Jetzt tragen wir einen Abrieb auf. Und das ist das, was man anschliesslich sieht. Darum ist es wichtig, dass man es sauber macht. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick als Gipser bekommen. Hat es euch gefallen? Bewertet euch bei der MachSchweizer AG. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Abfall! Abfall! Jetzt geht's das nicht hence 해 cußen. Vielen Dank.